Erleben Sie bei einem Tagesausflug Brandenburger Geschichte. Die Brandenburger Schlösserfahrten bringen Sie zu den schönsten Schlössern und Parks, Kirchen und Herrenhäuser der Markt Brandenburg. Jeder Tagesausflug wird von einem erfahrenen Reiseleiter begleitet. Eine Schlösserfahrt ist nicht nur ein Ausflug in die Geschichte, sondern auch in die Küche der Region. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020